Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es ist wieder Zeit für World of Goo. Little Mr. World of Goo immer noch, immer noch Herbst. Aber es wird jetzt zumindest die spannende Frage geklärt. Was Whistler ist oder Beauty and Electric Tentacle? Ich persönlich bin ja für die schöne und der elektrische Tentakel und ich bitte, keine Rückschlüsse auf sonstige Vorlieben zu ziehen. Oh wunderbar, es regnet. Bestes Londoner Wetter. Okay. Ich versuche es jetzt mal ganz neutral mit WTF zu umschreiben. Das schreibt uns in der Schilderschreiber. Ähm, wir scheinen dicht an die, äh, Energiequelle zu kommen. Aber was ist das? Kohle? Nuklear? Wind? Punkt, Punkt, Punkt. Goo? Es ist wahrscheinlich etwas sehr viel Eleganteres. Der Schildermaler. So. 16 muss ich sammeln. Was machst du denn? Es sagt, sei gut. Mom is watching. Mama guckt. Okay, hier hin, hier hin, hier hin. Hier können wir das Gesicht dann wahrscheinlich kaputt machen. Das fällt dann nur runter. Hier haben wir weißes Goo. Was auch immer. Ach ja, weißes Goo hatten wir ja schon mal. Das Höhlen-Goo. Okay. Ach ja, ich habe jetzt eine Flöte. Stimmt ja. Also ich muss anscheinend diesen Kopf irgendwie hier hinkriegen. Äh. Der Kopf fliegt mit Hilfe von zwei Luftballons. Bedeutet, was immer ich mache, muss völlig aufpassen. Also vielleicht erst mal hier meine Linie rüberlegen. Äh. Und dann mit den Luftballons die Linie hier einmal anheben, dass der Kopf da rüber rollt. Ähm. Luftballon. Luftballon. Immer mit Luftballons. So. Hier. Da. Und. Schon wieder Luftballon? Luftballon. Kann ja auch vielleicht den Luftballon mal nach vorne tun. Luftballon. So. Aber ganz unter uns gesprochen. Ich würde mich ja tatsächlich bei dem Wetter sehr ungern an einen Strommast hängen. Davon ab, dass ich eh ungern an Strommasten hänge. So. 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 Luftballon. So. Und. Und. Nicht wegfliegen. Ich glaube, es geht los. So. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, hier ein bisschen was hochzuheben. In der stillen Hoffnung dass das hier einfach so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht... So. Du musst hoch. Hoch musst du hoch. Na? Einen noch? Komm schon! Sehr schön. Jetzt geht er rüber, 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 rüber. Einen, also. Wie glaubt man es denn? Jetzt können wir vielleicht von hier hinten nochmal anfangen. Dieses Zwitschere hilft mir jetzt auch nicht weiter. Dann muss er es hier hochfliegen. Solo. Das sieht doch irgendwie schon passabel aus, was ich hier veranstalte, oder? So. Jetzt roll! Roll! Einer ist runtergefallen. Das ist ja ganz grober Umfug. So. Wie viel haben wir denn da? 14, 15, 16, 17 und der 18. kommt noch hinterher. Wunderbar. Das war ja doch einfacher als gedacht. Und so als kurzes Zwischenspiel für euch vielleicht auch ganz interessant, oder? Gib mir einen Daumen, wenn es gefällt. Gib mir keinen Daumen, wenn es nicht gefällt. Schlup. So. K'cham. K'cham. Damit ist die nächste Folge Whistler. Aber das ist eine andere Geschichte. Und sollte... Oh mein Gott, was für ein Quatsch ich erzähle. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Zockt viel, zockt schön. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018